Was sind Raketen aus deutscher Produktion? Was ist das, was ich nicht erkenne? Die größeren Kaliber waren, glaube ich, ganz deutlich am Ende zu sehen. Wie auch bei der vorletzten Position der Zweischlageffekt, der auch ganz besonders für diese Raketenvariation ist. Wie auch bei der vorletzten Kaliber waren, glaube ich, ganz deutlich am Ende zu sehen. Wie auch bei der vorletzten Kaliber sind. Vielen Dank.